Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Nach dem letzten etwas abrupt endenden Part, weil ich einfach gar keinen Bock mehr hatte, sind wir jetzt wieder hier Ähm, ich hab wieder bis hierhin gespielt, da oben war noch ein Gate Gigant glaube ich, oder Titan hieß der Der hab ich schonmal getötet, also ich bin hier reingegangen, hab ich erstmal alles niedergeballt, was ich gefunden hab Äh, ja, das zweite Heilungsteil Fehlt mir Warum auch immer, also das hab ich irgendwie nicht wiedergefunden, das war anscheinend ein Random Drop Simulation war ja irgendwas anderes, ja das war, ich dachte eigentlich das Pferd aus, aber ne Was war ich gerade drin? Schildbatterie 2, aber wir haben ja noch eine 3, die haben wir erstmal rein, weil ich schöne mag Gut, dann waren ja hier die Gegner noch, die hab ich auch weggesprengt, die kleinen Krabbelvieh hab ich auch weggesprengt Das heißt, wir gehen jetzt erstmal gucken uns weiter um Ich glaub wir haben zu viel nicht, ja ich hab, ich hab all meinen Granat verwendet Das Schöne ist ja auch, ich musste ja nochmal diese Fahrt machen, die hab ich jetzt schon dreimal gemacht und das war halt Warnmeldung, Hauptreaktor Die HE3 Kraftstoffleitung ist durchtrennt Ja und jetzt? Was soll ich jetzt dagegen machen? Reparieren Ok, dann gucken wir uns erstmal um, würd ich sagen Gott ey, ich mag meine Quarianerin Ich hab jetzt übrigens auch rausgefunden, dass das nicht ein Choreaner, sondern Cro, Cro, wie heißt du? Moment, wir haben hier noch unser cooles Logbuch Ich hab keine Ahnung, auf welcher Taste das liegt Ähm Kodex auf O glaub ich, naja Äh, ausländische Nicht-Ratsvölker Kroganer Nicht mal, nicht mal Krogianer Gut Ich weiß auf jeden Fall, dass das jetzt die Koreaner sind Die werden auf welchem Mal die Koreaner bleiben Fisch hat gesagt, ich soll lieber die Gespräche durchlaufen lassen Wer das immer so nebenbei beim zocken guckt oder hört oder so Kann ich gerne machen, aber ich hasse es halt so übertrieben viel Zeit zu verschwenden Wir gucken uns jetzt mal Ja, ich war So, also Da bin ich auch ein bisschen sauer geworden, als das ich nochmal machen musste Was ich wie die ganze Zeit gesagt hat, hey mach den scheiß Was war ein schön knapp ey Edge, Banshee und Reaper, keine Ahnung Die Reaper kennen wir auch schon bald Also kennen wir nicht, aber wenn wir bald kennenlernen vermutlich Wenn das wirklich stimmt, was die Typen sagen Und ich glaube denen einfach mal Hä Denken die können das von mir verstecken, aber nicht mit mir Freundchen Ich bin Schatz hier, ihr habt Tomb Raider gespielt Oh, nochmal so ein Scheiße Ich soll das dann so aufs, äh Aufs, auf dieses Gier einfach reduzieren Und Ich habe diese ganzen Leute getötet Und dann bin ich nochmal gelevelt Das habe ich fast vergessen Ich hab das echt so gedacht Levelst du jetzt noch vor der Aufnahme Damit du das, äh Nicht vergisst Und dann habe ich es trotzdem fast vergessen Äh Einschüchtern Ne Diesmal will ich erstmal wieder ein bisschen auf Piu Piu gehen Und dann würde ich sagen Durch die Früge machen wir auch mal weiter Wir brauchen nämlich bis Hier Also hier und danach ist das ja Tech Explosion Was für Tech Was können wir überhaupt? Ich muss erstmal einen ganz kurzen Realty Check machen Also wir haben hier Sabotage Sabotage ist die Kugel Mit den Mit den Anschlüssen vorne Überhitzt die Waffen der Feinde In der Nähe und vorsort geringen Brandschaden Also das ist praktisch eine Feuerkugel oder was Dann haben wir Dämpfung Biotika und Tech Fähigkeiten werden innerhalb eines bestimmten 3 aus Tempo unterbunden Also das ist praktisch so dass Biotika und Tech nicht mehr gemacht werden Also dass das Wenn das auf mich gemacht würde Kann ich den ganzen Scheiß nicht mehr machen Schütze erhöht den Pistolenschaden und die Präzision Warte mal was Ah Ach so Habe ich hier auch was? Ich glaube nicht weil das kann ich ja nicht machen ne Wieso bin ich eigentlich vergiftet? Alles egal Ok ne Damit habe ich nicht Also ich habe Pistolenschütze Reduziert Überhitzung Also das ist Das ist Das ist Feuer Feuerschaden Überhitzung Das ist Nicht mehr Zaubern Das ist einfach nur Piu Piu Hört den Pistolen Also ich gucke so ein bisschen so an dem Mikrofon vielleicht vorbei Weil ich habe halt einen VK-Bildschirm Und mein Mikrofon steht irgendwie so links von dem praktisch Ich habe es mal so ein bisschen gedreht Aber ich kann mich halt nicht so direkt davor setzen Weil es steht da so ein bisschen angewinkelt zu mir Wenn ich so ein bisschen anders habe Ich gucke halt rechts um in die Ecke Reduziert die Möglichkeit der Überhitzung Okay Da wird meine Waffe auch noch besser Gut Feindliche Schilder in einem bestimmten Haus werden beschädigt Das habe ich schon verstanden Das macht Schilder kaputt Das sieht man ja auch mit dem Schild kaputt Also Schild kaputt und hacken Und dann haben wir Schild boost Selbst unter Beschuss werden Teile des Schilds wiederhergestellt Okay das ist glaube ich Schild Repair einfach nur Overkill ermöglicht lange und potive Salven aus Sturmgewehren Das wäre der Piu Piu Skill Was ist Wrex nochmal Was ist Wrex nochmal Wrex ein Bi Ich glaube der ist ein Ist der Biotik oder ist der Tech Was sind wir? Sind wir Biotik oder Tech? Ich habe gar keine Ahnung Werfen Feindungen können mit Hilfe eines geworfen werden Okay das ist eigentlich cool Damit kann ich die umschmeißen Das heißt dass sie halt nichts mehr machen können Biotische Barriere Absorbiert Zusicht Schaden Okay das macht er glaube ich mal selber Dann noch den normalen Schild boost Und woop Alle Nahen stehen Feindungen und nehmen Schaden und sind Anfüll Okay Das macht also Ein Debuff Und die kann das gleiche wie wir Also Den Die Zauberei stören Den Schild stören Bis wir den Schild kaputt machen Und dann nochmal diesen Feuerschaden Gut Also langsam weiß ich was meine Leute können Jedenfalls die beiden Also die anderen haben ja noch ganz viele andere Fähigkeiten die ich nicht verstehe Noch nicht Aber langsam komme ich in das Spiel rein Ich sterb zwar noch an jeder kleinsten Scheiße Und Ich habe wieder rausgefunden F6 ist Schnellspäne Hab mir das Spiel gesagt ich soll es oft benutzen Was hat Freddy natürlich gemacht Das ist komplett genutriert und nicht mehr benutzen Wusste immer welche Taste das ist Ja ich weiß Ja wir sollen vielleicht nochmal auf Ne Moment hier auf Squad gehen Achso Achso das ist nur wenn die wirklich was Neues Wenn die nur Fähigkeiten bekommen haben Achso Kann ich dir eigentlich auch sagen dass sie es machen sollen? Hm Hm Ne ich will die mal mit Oh Krassstoffverleitung repariert Krassstoffverleitung repariert Online Verbunden mit dem Außenlabor Das ist alles was ich jetzt Gut Hier ist wirklich Widerspruch Ne Online Verbunden mit dem Außenlabor Freie Gefahrenstoffe Was bedeuten Was bedeuten die Der Dekontaminationskammer befinden sich gefährliche biologische Wirkstoffe Im Interesse der Crewsicherheit wurde die Bahnstation verriegelt Vor dem Betreten müssen die abgesicherten Plasmadüsen aktiviert werden Und wie? Wie aktiviere ich das Absicherungssystem? Die Steuerung der Absicherungssysteme befindet sich am Sicherheitskontrollpunkt außerhalb der Dekontaminationskammer Warnmeldung Das Absicherungssystem steht zurzeit nicht zur Verfügung Wie soll ich es reparieren? Erzähl doch mal Was ist nötig damit die Dekontaminationsabsicherungen wieder funktionieren? Im Kontrollsystem gibt es einen Hardwarefehler der vor Ort mit dem Standard Universalwerkzeug repariert werden kann Ich möchte wissen was hier passiert ist Tut mir leid aber ich brauche spezifischere Eingaben Das hat mir alles schon Natürlich Commander Ich melde Sie ab Äh Journal Kontamination Sie müssen die Dekontaminationskammer entriegeln um zu den Zügen zu gelangen Myra kann Ihnen vielleicht helfen Ok Feroz ist ein anderer Planet Haben wir hier noch welche Aufträge? Vermisste Person Man Man Regarde sich Sorgen macht Begeben Sie sich in das Strähnungssystem Ich glaube das sind wir sogar Des Pferdekopfnebels und suchen Sie noch Spuren Ok Spionage Können Sie sich aufrechterhalten? Das könnte ich jetzt vielleicht machen Weil ich habe ja Die ganzen Scheiß Skills da Geskillt Seltener Auf nur Also hier Mazedon System Ok gut Also ist das nichts für unser System jetzt Das heißt Wir reden jetzt noch mit Myra Online Verbunden mit dem Außenlabor Was bedeuten diese? Das kennen wir ja schon Warnmeldung ignorieren Schleusentüren öffnen Sehr wohl Kommander Bereich wird freigegeben Zutritt auf eigene Gefahr Das ist alles was ich jetzt wissen muss Natürlich Kommander Ich melde Sie ab Ich glaube das war ein Fehler Ich glaube das war ein riesiger Fehler Reaktorkehren Ja Warte mal und was ist hier mit dem Teiner links? Und hier gehen sie nach oben oder nicht? Oder? Ja ja Moment mal Ja doch hier oder? Oder bin ich gerade komplett geistig zurückgeblieben? Ne hier geht es nach oben und dann kommt Ja ok dann wird ja die Bereichskarte da geändert Weil es oben ist Ist nur ein bisschen komisch dargestellt Ich hätte die vielleicht mal wie so ein Treppensymbol machen Oder sowas machen sollen 357 Oh cool Vielleicht finde ich hier einen 357er kalt Ich glaube ich nicht weil wir einen mit Laserwaffe hantieren Aber wer weiß das schon More like ass effect Ich sollte es nur noch mit Thalie Soranarija rumlaufen mit dieser komischen anderen Frau da Ok die Dekontaminationskamera ist jetzt auf Das heißt wir gehen jetzt zu den Zügen Und kriegen auch nicht auf die Schnauze denke ich mal Warte mal Wer von einem dummen Manches Hat denn hier gerade meine Rüstung geklaut? Nur was meine Heilrüstung ne? Giftsiegel Giftsiegel ist sogar richtig schlau hier Wegen der Giftsiegel Vielleicht sollte ich mir die auch ernauen Ah ich habe sogar eine andere Rüstung Ich glaube das habe ich schon vorher gesehen Aber die waren alle scheiße Hey hier sind sie ja sogar Mensch Aber ich wollte jetzt erstmal kurz ein bisschen HP gewinnen Deshalb hole ich mir Natural Interface 1 Hach Easy Und hier gehst du den Zügen oder nicht? Fahrstuhl zum Zug Ok Sie betreten jetzt den Dekontaminations- und Transport Hub Keine gefährlichen oder unerlaubten Materialien festgestellt Ich sehe schon mal drei Gegner Ich glaube da sind geht oder sowas Wahrscheinlich reagiert das nur auf die Auf die Klar Auf diese kommenden Giftfächer hier Nein macht das nicht Wir sind eingeschlossen Ich könnte die Türsicherung deaktivieren Offenbar befinden sich die Züge zu den Außenstationen dahinter Das ist ja cool Computerkonsole Myra Terminal Ok die sind da drin Ok gucken wir uns erstmal um Die Kontrollgruppe im Labor ist außer Kontrolle Sie sind wahnsinnig geworden Wir können nicht weg Sie kommen jetzt die Tunnel hoch Es tut uns leid es hat keiner geschafft den Selbstbestürungsmechanismus zu aktivieren Rettet euch Er hat sich selbst getötet weil er Teil dessen war was hier geschehen ist Mein Volk wirft die Leichen von Selbstmördern den Aasfressern vor Die Natak werden ihn bald finden Online Verbunden mit dem Außenlabor Ich möchte wissen was hier ist Achso Das hatten wir schon Ich hätte es wahrscheinlich hier einfach insperren sollen Aua das war ein Fehler Das war ein Fehler Oh Gott Aua das war ein Fehler Das war ein Fehler oh Gott Habe ich das jetzt verbuggt? Ach ne, das ist nur, achso, hier wird nur angezeigt, dass es die verfickte Scheiße ist, ist ja toll. Das konnte ich auch mit dem Maul da vorher machen. Gott ey. Okay, damit habe ich es nicht gerechnet. Sie hat jetzt nur eine ziemlich hohe Giftresistenz, was hat er eigentlich drin? Das weiß ich gar nicht, was habe ich dir denn gegeben? Panzerungsplatten, ja Schadenschutz, Panzerungsplatten 2, die bessere, ich habe Panzerungsplatten 3, hole dir die rein, Freund. Aber der regeneriert sich irgendwie selber, ich weiß nicht, ob das alle machen oder ob das nur er macht. Weil er so ein cooler Koreaner ist. Also wir sind ein dummer Mensch. Also ich habe mir jetzt diese... Gott, ich halte mich so langsam. Und ich wünschte, ich hätte mein Spiel schon noch, wo ich das auf 3 hatte. Habe ich das wirklich nicht. Ich glaube nach diesem Part, den nehme ich am nächsten Tag jetzt auf, also falls ihr jetzt Part Fritzchen gesehen habt, den ich übrigens geschnitten habe, werdet ihr dann... Moment mal, ich lade das ja sowieso täglich hoch. Das ist praktisch vielleicht auch einen Tag später einfach nur. Also jetzt sind wir gerade gleich von den Tagen her. Weil sonst nehme ich irgendwie mal 30 an einem Tag auf und dann ist gut. Zur Riftstation, da wollen wir hin oder was? Ja, dann machen wir es mal, würde ich sagen. Ja und nach diesem Part werde ich dann glaube ich mal anfangen mein Inventar auszumisten. Ich sollte vielleicht erstmal googeln, was ich davon wegschmeißen sollte oder was ich davon in dieses Gel packen sollte und was wirklich wichtig ist davon. Oder? Ich ignoriere das einfach komplett und mache das so, wie ich denke und im Endeffekt wird es dann voll scheiße. Ich hasse es, wenn man mit so einem scheiß Zug fährt, auf der rechten Seite oder auf der linken Seite hier einsteigt und auf der rechten aussteigt. Wieso passt die auf beiden Seiten gleich? Okay, da sind zwei Fahrstühle. Da sieht es zu aus. Nur Notausgang. Warte mal. Kannst du das aufmachen? Nein. Aber es gibt ja auch Spieler, kann man seine Leute irgendwo hinschicken und sowas hacken lassen. Das sind Sicherheitslaboren. Ich will auf Captain J. Ventralis wurde aufzug abgeschaltet. Ja, okay, gut. Ja, dann wissen wir wo wir jetzt hin müssen, ne? Also ich weiß es noch nicht, weil ich nicht auf das Schild geguckt habe. Und es steht hier auch nirgendwo. Hier ist ja auch ein Fahrstuhl. Fahren wir mit dem Fahrstuhl. Der wird uns schon zum richtigen Punkt führen, würde ich sagen. Wegtreten. Wieso geht Quicksafe nicht? Ich will Schatz gedrückt, wahrscheinlich schon. Okay, gut. Tut mir leid, wir konnten nicht sicher sein, was in der Bahn ist. Äh. Ich werfe hier nicht vor. Ich hätte das gleiche getan. Was ist hier los? Ungeziefer. Zillionen von Ihnen kommen aus den Tunneln aus dem Sicherheitserrohr. Zillionen, ey. Gibt nicht mehr in Zahlen. Mein Team ist seit Tagen auf Stimps. Hören Sie, Sie sind ein Mensch und das ist Grund genug, nicht auf Sie zu schießen. Aber ich würde gern wissen, wer Sie sind. Hm. Ich bin Inspektor. Ich heiße Shepard und ich bin Inspektor. Ha. Einem schwer bewaffneten Gaul schaut man dicht ins Maul. Letzte Woche haben die Aliens das Sicherheitslabor überrannt. Nur Han-O-La konnte entkommen und seitdem tickte er nicht mehr ganz richtig. Wir konnten gar nicht so schnell gucken, wie diese Bastarde sich in meine Kommandoposten verbissen hatten. Und da waren wir noch gut besetzt. Was sind wir für Viecher? Wir haben sowas noch nie gesehen. Was wissen Sie darüber? Ich bin kein Xenobiologe. Sie sind schnell, bösartig und es gibt einen ganzen Haufen von Ihnen. Der Aufsichtsrat schickte eine Asari, um hier aufzuräumen. Sie ist gestern ins Sicherheitslabor gegangen und seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Äh. Ich muss von ihr reden. Was ist hier? Ist sie noch dort? Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was eine einzelne ausrichten könnte. Bei den Zügen gibt es einen Lotaufzug. Mit dieser Karte können Sie ihn aktivieren. Er wird Sie runter ins Sicherheitslabor bringen. Wenn Sie erst die Hilfe brauchen, gehen Sie zu Dr. Cohen unten in der Krankenstation. Mh. Die Einrichtung. Erzählen Sie mir von der Riftstation. Ich kann nicht über alles reden. Was genau wollen Sie denn wissen? Mh. Wie sicher ist es hier? Erzählen Sie mir von den Verteidigungseinrichtungen hier. Sicher genug, dass Sie nicht überall rumschnüffeln sollten. Mh. Sie haben irgendwie überlebt. Dieser Ort ist eingreifbar. Ich wollte einfach nur ein paar taktische Ratschläge geben. Sie haben Glück, dass diese Viecher stroh dumm sind. Drei koordinierte Männer könnten die gesamte Einrichtung einnehmen. Oder Frauen. Haben Sie mal den Grundriss gesehen? Kinder leicht von einer Handvoll Leuten zu verteidigen. Und dabei zähle ich die automatischen Verteidigungsanlagen noch nicht mit. Computer kann man hacken, ne? Automatische Verteidigungsanlagen können neu programmiert werden. Was mich am meisten beeindruckt sind die Geschütztürme, Alarmanlagen und Kameras. Sie werden alle zentral in der Nähe des Karatänelabors gesteuert. Ein Einzelner kann die gesamte Einrichtung abriegeln. Das Sicherheitszentrum ist der letzte logische Rückzugspunkt, wobei wir den ganzen Weg bis dahin von den Geschütztürmen geschützt würden. Was machen die hier? Was für eine Art von Forschung wird hier betrieben? Keine Ahnung. Muss ich auch nicht wissen. Und solange die Leute nicht sterben, ist das auch nicht mein Problem. Ja, die sterben ja, ne? Alles gut gemacht, Freund. Was können Sie mir über die Aliens sagen? Fragen Sie Doktor Olah. Er ist der einzige, der aus dem Sicherheitslabor entkommen konnte. Und er ist der einzige Volus hier. Volus, Volus, Volus. So ein Volus, diese kleinen Drecks hier, die ich gehasst habe? Ich hoffe nicht. Ich möchte mehr über die Situation im Sicherheitslabor. Die Einrichtung hängt nicht mehr am Netz. Der einzige Weg, das herauszufinden, wäre Aufklärer mit dem Aufzug runterzuschicken. Aber ich werde keinen meiner Leute in den Tod schicken. Kamen die Aliens aus dem Inneren dieser Einrichtung oder griffen sie von außen an? Wollen Sie meine ganz persönliche Meinung hören? Labore wie dieses existieren, um irgendeine Scheiße zu entwickeln, die andere Leute tötet. Ihre Leute. Wie schlagen sich Ihre Leute? Die erste Angriffswelle kam unerwartet. Sie konnten eindringen und wir haben einige gute Leute verloren. Demzufolge sind wir jetzt teillos unterbesetzt. Wir halten die Befehle aufrecht, indem wir lange Schichten fahren und Stims einwerfen. Mir gefällt das zwar gar nicht, aber ich sehe auch keine Alternative. Und was für Benecia? Sind Sie sich sicher, dass die Materialchen noch im Sicherheitslabor ist? Sie ist jedenfalls nicht hierher zurückgekehrt. Sie kamen durch die Zentralstation, also ist sie dort auch nicht. Ich habe noch zu tun. Ja, ich höre die... Verdammt, alle mal ausschwärmen! Los, los! Oh Gott, ich bin angeschossen. Alles cool, Freund? Okay, mit dem Fahrstuhl kamen wir. Das heißt, wir gucken uns... Danke für die Hilfe. Alle paar Stunden kommt eine Gruppe durch den Bahntunnel. Es ist besser geworden, seit wir den Aufzug stillgelegt haben. Äh, ein... Kein Problem, ein ziemlich nutzeres Angriff. Reifen die immer hier an? Ist doch eine offensichtliche Schlachtbank. Ihre einzige andere Option wäre über den Berg und durch die Schächte. Und sie frieren wie jeder andere auch. Ich weiß auch nicht, warum die immer wieder gegen unsere Verteidigungsanlagen rennen. Selbst Tiere sollten doch lernen, ihre Nase nicht dahin zu stecken, wo es weh tut. Hm... Okay, was haben wir denn hier noch? Wenn schades Büro... Warum das immer markiert ist? Gucken wir mal auf die Krankenstation. Wir haben zwar nicht genug, aber... Vielleicht können wir denen noch was abnehmen hier, weil... Ich vertraue denen irgendwie gar nicht. Also wir werden hier alles Klamass erfinden, würde ich sagen. Quarantäne-Unterkünfte. Vorher zum Quarantäne-Labor. Sicherheit. Zum Sicherheitslabor. Wächter-Unterkünfte. Und dann ist die Krankenstation. Woher kamen die? Waren die im Labor? Ich war noch nie im Hochsicherheitsbereich. Komm, den Schrank. Nice. Gut. Und dann haben wir das hier geholt alles? Gucken wir mal was... Oh! Ja! Hallo! Ich heiße Sie willkommen. Vorsichtig. Ich möchte meine Neugier stillen und fragen, was Sie hier machen. Äh... Ich wurde geschickt um eine Azari-Materialität. Überrascht. Ich sage, dass kürzlich eine hier war. Verstohlen. Gerüchte besagen, sie sei zum Sicherheitslabor gegangen. Freu dich. Ich kann behaupten, noch einen begrenzten Teil meiner Ausrüstung zum Verkauf anbieten zu können. Inga, dein Laden? Scheint mir keine gute Zeit zum Handeltreiben zu sein. Amüsiert und zugleich nervös. Ich muss gestehen, dass ich nichts anderes zu tun habe. Warum sollte ich meinen Kiosk da nicht weiterführen? Amüsiert und zugleich nervös. Lassen Sie mal sehen. Leider. Ein Großteil meines Bestands ist von Captain Ventralis beschlagnahmt worden. Kriegt der schlichter Bastard. So, was haben wir denn hier? Medical Upgrade. Huh, das nehmen wir natürlich mit. Eins mehr ist nicht schlecht. Hat es jetzt 3.000 gekostet? Aber naja. Äh, was können wir noch verkaufen? Wir haben bestimmt noch richtig 4. Guck mir die Pistole. Zack. Das sind Sachen, die so, aber ich weiß nicht, ob ich lieber umtauschen sollte. Ich meine, das ist praktisch nichts wert. Safe. Für euch habe ich schon mal irgendwo. Die Wissenschaftler kotzen sich aus. Zur Krankenstation. Gehen wir mal runter. Wo gehst du hin? Ah, hier. Alles Ihre Schuld. Vielleicht haben Sie ein Insektenspray. Wie lustig. Kriegt Stichblaster. Das System ist online und steht für medizinische Dienste bereit. Kannst du die Ausrüstung für uns bedienen? Natürlich, Commander. Einen Augenblick bitte. Das System ist online und steht für medizinische Dienste bereit. Mira. Was machst du hier? Ich verwalte die Systeme der verschiedenen Gipfel 15 Einrichtungen. Unser Arzt. Er weilt nicht mehr unter uns. Mira bedient die automatischen Systeme für uns. Kranke Wissenschaftler in Heilmittel. Welche Behandlungen wurden ausprobiert? Ich fürchte eine Behandlung ist nicht möglich. Im Gewebe jedes einzelnen Patienten hat sich ein unbekanntes Toxin abgelagert. Was haben diese Leute? Rufe LOX auf. Sie waren gerade mit einem Experiment beschäftigt, als der Shutdown einsetzte. Als du vom Netz genommen wurdest. Ohne mein Programm für Eindämmungsprozeduren trat ein Quarantäne-Lag auf. Hast du die Ausrüstung für uns nicht? Natürlich, Commander. Einen Augenblick bitte. Was stimmt hier nicht? Ihr Tone fällt mir nicht. Ich hatte einen langen Tag. Machen Sie mich nicht sauer? Ja, tut mir leid. Ich habe nicht viel geschlafen in letzter Zeit. Sind diese Leute krank? Ne, die liegen hier nur so auf der Krankenstation rum. Denke Shepard. Was haben diese Leute? Sie wurden mit einem Toxin vergiftet. Es hat einen Unfall gegeben. Ich... Ich habe eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben. Ich sollte das nicht mit jemandem diskutieren, der nicht zur Firma gehört. Ich könnte helfen. Aber Sie sollten mit mir reden, denn ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich hoffe, der Firma ist unser Leben wichtiger als ein paar Geheimnisse. Kennen Sie Mira? Die virtuelle Intelligenz... Ja, die stehen gerade hinter uns. Sie verwaltet die Sicherheitsprotokolle für unsere Experimente hier. Oh, ich habe sie repariert. Wir haben sie auf unserem Weg durch die Central Station reaktiviert. Sie waren das? Vielen Dank. Die automatische Ausrüstung funktioniert nämlich nur, wenn sie online ist. Mitten in einem Experiment verloren wir die Verbindung zu Mira und die Quarantäne versagte. Diese drei hier wurden einem Toxin ausgesetzt. Etwas, an dem wir gearbeitet haben. Ich will alles drüber wissen. Wenn ich helfen soll, erwarte ich komplette Kooperation. Wollen Sie, dass diese Leute leben? Wenn nicht, gehe ich direkt wieder. Nein, warten Sie. Es ist eine Biowaffe. Basierend auf einer exotischen Lebensform, die im Grenzgebiet entdeckt wurde. Sie wollten etwas, das die Kreatur töten kann. Aber mit etwas, das eine Spezies im Grenzgebiet tötet, ließ sich kein Geld machen. Wir arbeiteten weiter daran, passen sie an, damit sie auch auf andere Spezies wirkte. Toros B ist zwar hoch ansteckend, kann aber nicht von einer Person zur anderen weitergegeben werden. Wie ein Angriff mit einer Biowaffe, nur ohne anschließende Pandemie. Verdammte Salarianer. Sie spielen einfach zu gerne mit Bakterien rum. Militär, Regierungen. Sie alle bekommen diese Art von Waffen, so oder so. Wir betreiben hier Schadensbegrenzung. Ich weiß, dass Sie das nicht so sehen. Mhm. Sie haben keine Heimat. Sie haben das erschaffen, können es aber nicht heilen? Macht ihr Leute euch keine Notizen? Unsere oberste Priorität war, dass es funktionierte. Wir waren kurz davor, ein Gegenmittel zu finden, als Mira offline ging. Unsere Aufzeichnungen und Ausrüstung sind im Quarantäne-Labor eingeschlossen. Captain Ventralis will keine weitere Kontamination riskieren. Mhm. Ist er drin gefährlich? Wahrscheinlich. Ist es gerechtfertigt, dass keiner rein darf? Nein. Das Toxin hat nur eine kurze Lebensfähigkeit. Danach zerfällt es in simple Eiweißketten. Aber er will ja nicht auf mich hören. Mhm. Ich kann Sie überzeugen sein. Ich werde mal mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen, es mich versuchen zu lassen. Ich kann Sie nicht offiziell darum bitten. Aber wenn Sie etwas tun können, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Wir reden später. Ich hoffe, Sie können etwas tun. Ja. Kriege ich hin. So. Der Partys ist aber auch vorbei gleich. Das heißt, wir gehen noch mal kurz nach hier oben. Also, ich würde jetzt kurz noch mal gucken. Quarantäne. Und wir sollen die Materialien finden. So sicher in die Hochseerheitslabore. Ich wollte noch mal gucken, wo der andere Fascher hinführt, bei den Zügen. Weil die Hochse... Also, hier sind die Sicherheitslabore. Da sollen wir dann mit ihm reden. Dann haben wir hier die Quarantänenlabor. Wo wir für den Typen hin sollen. Und dann gehe ich nochmal gleich zum Zug zurück. Ich weiß nicht, ob hier das Gespräch direkt anfängt, wenn ich hier vorbeilaufe. Wir gehen erstmal an den Captain Ventralis vorbei. Und dann gucke ich nach dem Part mal. Da unten, was das für ein... Fahrschule ist. Ob der uns auch zu den Sicherheitslaboren führt oder nicht. Ja, und dann machen wir einfach mal normal weiter, würde ich sagen. Wolltest du direkt mit mir reden? Nein, gut. So Leute, ich hoffe dir hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.